Nein, du willst nicht zu mir fliegen! Oh, pfff... Oh, wir leben nicht mehr lange. Aldemar, HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Everspace. Wir sind noch mitten in einem Run. Wir leben immer noch unfassbar. Und fliegen mal zum nächsten Sektor. Hier war ja diese Station und ich hab hier ein paar Leute abgeknallt, aber das war's auch schon. Ich hab leider nichts mehr zum Scannen, wie auch immer. Weiter geht's. Pum! Okay, ist das GB... G&B. Trader, oh! Komm mal her in meine Arme! Mein wunderschöner Händler! Mit deinem coolen Raumschiff. Was wirklich ganz cool aussieht. Trade Items. Scanning Probe. Oh, guck mal hier. Power Cell. Kein Gas, nein. Scanning Probe. The signal was detected by Ocar vessels. Oh, scheiße! Holy shit! Oh, scheiße! Target destroyed. Schießt das Raumschiff gerade auf mich? Nee, ich schieß auf die. Okay, gut. Friss! Scheiße! Oh, scheiße! Nicht gut! Sensors damaged. Mech hier! Oh, überhaupt eine dimensionale, große, krasse Lichtgeschwindigkeit. Okay, reparieren. Oh, geht nicht so gut. Ah, nicht gut. Noch irgendwas... Sensoren müssen wir reparieren. Ah, Nanobots fehlen. Scheiße. Ich seh nichts mehr. Ich bin blind. Da müssen wir hin. Oh, wir müssen Nanobots holen. Hoffentlich hat der noch welche. Müssen wir retten. Scheiße ohne Sensoren. Alter Schwede. So, dann geben wir mal einen Rabatt. Keine Nanobots auf jeden Fall. Scrap, Ore, Dark Energy, Plasma. Ich kann auch keine Nanobots bauen, oder? Compound, Gas, Dark Matter. Nee. Ich wüsste jetzt nicht, wie. Wir bräuchten auf jeden Fall was zum Reparieren. Ich muss hier noch weiter umsehen. Umschauen. Nanobots. Scheiße, ich seh halt gar nichts. Aber wir müssen was finden. Hier sind auf jeden Fall ein paar Sachen drin. Aber ich glaub nicht, dass wir Nanobots finden. Obwohl, eine Kiste könnte sein. Da sind ein paar Kisten drin. Ich muss mal den hier. Das ist immer laut, ne? Hä? Ich hab C gedrückt. Nein, was soll das? Ich hab's umgesetzt auf eine andere Taste. Oh! 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 Libios! Oh! Mann, oh! So, Kiste. Da. Da. Also, es ist echt übel ohne Sensoren. Hier gibt es immer zwei Kisten in so einem blöden Felsen. Okay, scheiß drauf. Es ist zu schwer, irgendwas zu sehen. Können wir hier handeln? Darf ich die Kiste haben? Ich fliege außersehen dagegen. Oh, shit. Wir wollen weg hier. Wir wollen gar nicht bleiben. Ins nächste System. Alter. Scheiße, wir sind immer noch voll hinüber. Sensoren. Damaged. Hm. Hm. Ich baue eine Reparaturstation. Hier ist gar nichts. Und einen Kampf kann ich nicht ohne irgendwie... Hm. Nanobots. Echt ein Problem. Zwei Stück halt. Wie bauen wir Nanobots? Nanobots ist eine Ressource. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Was war das? Da haben wir was. Hä? 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 Scrap, ich muss mich grad mal konzentrieren. Oh, scheiße. Oh, shit. Boah, Alter, was ist mit der Station hier los? Das gibt's doch nicht. Komm, Nanobots. Ich wusste nicht, dass das Nanobots kostet. Da, was ist das denn da? Access Key needed. Ja, scheiße, wo kriegen wir den her? Ja, pfff. Ich glaub, wir müssen weiterspringen, bis wir in einer Reparaturwerkstatt finden. Ja, machen wir das. Ja, schade, schade. Doof. Als nächstes kaufen wir mal ein bisschen was für Nanobots und so. Travel. Auch keine Ahnung. Nimm mir mal die Mitte. Nimm mir mal die Mitte. Ah, jetzt mal ein bisschen Kaffee. Na toll. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und zum nächsten Wohrpunkt. Ja, leider. Wir haben keine andere Wahl. Ich muss reparieren. Ohne Sensoren kann ich keinen großen Kampf führen. Nicht ich. Nicht jetzt. Und ich wär froh, wenn wir einmal, äh, erfolgreich die Runde beenden, wenn das überhaupt geht. Scheiße. Da, bitte. Sei ein Händler. Sei ein Händler. Jetzt haben wir das erste Mal zu, äh, wenig, äh, Fuel. Sub-Fuel. Aber hier kann ich mich flüchten, wenn ich muss. Nein. Komm schon. Hier muss doch irgendwo was sein. Scheiße. Diese Kack-Sensoren. Ich bin echt blind. Ich muss jetzt was finden oder sterben. Guck mal, wie krass, ey. Voll die riesen Trümmer. Cool. So, der Asteroid weiß, dass sie auf jeden Fall Kisten sind. Da ist, äh, ein Plasmanebel. Okay. Oder auch nicht. Ist einfach nur bläulich. Da haben wir was. Nanobots. Komm schon. Hm. So, vielleicht finden wir hier noch ein Cargo. Nur ordentlich gucken. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Wir irren durch die Galaxie. Weil ich keine Sensoren habe. Das ist scheiße. Demnächst mindestens zwei Nanobots aufsparen für Sensoren. Also, kein Antrieb ist immer noch besser eigentlich. Als keine Sensoren. Könnte man wenigstens aussteigen und schieben und wissen, wo man hin will. Aber so. Ja, was ist das da? Los, gib Stoff. Geh an. Ach's. Was war das denn jetzt? Das ist ne... Wow. Das ist der Piraten-Bass, wollte ich sagen. Prozessoren. Ich will. Benzin. Benzin oder Nanobots. Beides wäre auch schön. Au. Minen. Minen. Wow. Wow. Die ganze Barsche explodiert oder was? Nein, du willst nicht zu mir fliegen Wir leben nicht mehr lange Da kommen Raketen raus Running out of oxygen Ich glaube, wir are running out of alles Scheiße Back to hangar, scheiße Oh, Mann, ey Aber es macht immer noch ziemlich Bock Was soll das hier, ist das ein Level oder so? Codex, Perks, okay Wo haben wir denn die Nanobots? Nanobot Efficiency, Loot Rare Loot Chance Kostet 2500 Machen wir erstmal da überall einen rein So, jetzt haben wir noch Jetzt geht gar nicht 2000 Oh, guck mal, wie viel ich da rein investieren muss Alter Decrease the cost of repairing damage ship components Ja Na gut, okay Gut, gut, gut Ich habe nur noch vier Minuten bis zur nächsten Folge quasi Dann wenden wir hier ein bisschen früher, Leute Ja, tut mir leid Aber der nächste Run kommt dann nächste Folge Und gefällt es euch immer noch mir? Gefällt es sehr gut Ich würde das gerne weiterspielen und länger Bis ich keinen Bock mehr habe Naja, das war es von mir, Leute Bis zur nächsten Folge Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal